Yo Leute, ich bin Silver Freeze und wir spielen Clash Royale mit dem Game On! Hi Amigos, ey na 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 Okay, wir fangen mal wieder mit Du Kämpfen an Also ich sag mal eins, also ihr kennt mich bestimmt noch nicht, also Happy New Year! Jaja, frohes Nice Leute! Bist du das bei all deiner anderen Videos vergessen? Ja Alter Aber ich hab's in der Videobeschreibung geschrieben Oh, das ist so gut Aber Guck mal, was ich jetzt mach Aber Guck mal Nein Boah Mann Ich dachte, wir hätten eine Chance mal zum Gewinn, ey Wir haben es ja eigentlich nicht verkannt Ne, ein? Hä? Mann Ja, ist Januar Wow Oder vielleicht auch schon Februar Also ich bin dafür, dass sie es August haben Leute, das Video kommt am August raus Ja Aus 2018 Ne, 2020 Off Das Video kommt am August 2, 2020 Das Video kommt am August 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 2020 Und ein Jordan üne Nein Nein Okay Ähm, Leute Also eins steht fest, ich werde Straßenpenner. Also schreibt es jetzt in die Kommentare, wird Game on Straßenpenner oder nicht? Also ich bin dafür, dass ich, ich, ich... Okay. Ach, ich zieh einfach bei dir mitten in der WG ein, ey. Naja. Naja. Dann rede ich extra chinesisch. Da kennst du mich nicht. Liegt daran, ob du überhaupt chinesisch kannst. Was? Also was hat das alles gesagt? Lange, äh ne. Lange Rede? Also ich kann gut chinesisch. Also mein chinesisch soll... Verrückt, aber wahr, Leute. Ich habe eine Frage. Was ist eigentlich deine Lieblings-Eissorte? Äh, meine? Ja. Also meine ist eigentlich... Abonniert Silver Freeze. Oh, cool. Hm. Du? Meine ist Vanille. Hm. Lecker. Leute. Product placement ist ein Spaß. So Leute, wir sind gerade in der nächsten Runde. Was ist das für eine Arena? Ist die neu? Das ist doch das Elektro-Taro oder so weiter. Oh. Wovon Nightfire immer geredet hat. Oh. 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 Ich dachte schon, ich hatte die Feuerwehr umsonst gesetzt. Aber war eigentlich gut. Okay, jetzt wissen wir, dass wir einen X-Bogen haben. Der X-Bogen ist eigentlich echt teuer, muss ich sagen. Also sechs Elexion oder so. Ja. Scheiße. Das war Elexion verschwendet. Ah gut. Nein, war es eigentlich jetzt... Also du meinst den X-Bogen? Ja, der war schon. Pfff. Gut. Unser Prinz macht heute den Turm. Ja. Soll ich gleich auch meinen Prinz Level 1 direkt da setzen? Ja. Er wird Riesen, ne? Ja. Das Hex. Das Hexe. Ähm. Ja. Ja, obwohl... Ich setz Babydrache. Ja, mach. Ich setze meinen Ritter. Äh, Ritter. Ja, das ist meine Sprache. Wisstest du es noch nicht. Wir sind zu gut. Aber du wusstest es nicht. Leute, wenn wir bei dem Video 5 Likes schaffen, dann machen wir nächstes mal eine Challenge. Und zwar, wir dürfen nicht sagen, ja, nein und ich setze. Diese Wörter dürfen wir nicht sagen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne... Wenn ihr 5 Likes schafft, dann kommt in den nächsten Tagen das Video. Also... Also ich glaub, es kommt in den nächsten Jahren. Naja, so 2000... Wie wärs mit 2025, Leute? Wie wärs mit 2100? Ja. Ja. 2200. 2200. Ich glaub, dann sind wir schon alt Knacker und dann macht man alle Bewegungen und so... Und so... Warte, letztens war Game On und ich spazieren im Wald. Und da waren so Parkwächter. Einer hatte so einen riesigen Schnurrbart. Und dann haben die uns so angeschnallt und dann haben wir uns so ein bisschen gelacht. Und die meinten dann so zu uns, die meinten dann zu uns einfach noch so... Die haben angegeben, Leute. Und wir haben uns einfach nur schott gelacht, wie die aussah. Es sah eigentlich so auf, als ob ich einfach nur stinknormale scheiße Straße bin. So, also geh nochmal in die Arena. Loll. Ich sag mal eins. Cool. Aber wahr. Verrückt, aber wahr. Ähm... Ähm... Äh... Ja. Ich glaub, diese zwei Polissen haben eine riesen Verschwemmung. Ach! Schauen wir mit links, Alter! Wieso? Wieso? Die beiden Kegeln. Jaja. Wow. Eigentlich werden die Bombe kommen. So, der Profi kommt jetzt. Äh... Bombe! Biep! Biep! Genau, da kann er gut die Bombe fallen lassen. Ah nee, da wird der Turm... Oder nee, nee, nee. Der mittleren Turm wird nicht beschädigt. Okay, das war nicht... Ist jetzt Rakete. Ähm... Wohin? Na. Da, da. Das ist gut. Ja, komm, guck mal, was muss weg. Da, ja. Ja, die Minions sind auch weg. Wack. 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 Ach, und wenn es euch das Video gefällt, lasst einfach bei Silberfrüchen like da. Fünf Likes, dann kommt diese eine Challenge. Ja. Und ich hoffe einfach, dass es euch sehr gefällt. Ja. Wird nice. Also es wird nice, dass sie bereits diesen Ton kriegen. Nein. Ob wir nice sind? Ich glaub nicht jetzt. Ich glaub an den. Also du glaubst nicht an Wunder. Das wusste ich bereits. Das war können, Alter. Die sind so hungrig. Wie Schickale. Sie rennen so... Was für Schickale, ey. Was sind das denn das für Viecher? Ja, das sind diese... Keine Ahnung, wie ich's dir erklär. Einfach dumme Typen. Äh, Lebewesen. 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 Der sagt... Danach sag ich nur eins, ne. Die... Wohin möchten die wissen, dass sie mit denen da waren. Ja. Ja. Ich werfe mir mit umsetzt. Ich setz Rakete. Pfff. Mach. Fuck. Der Ton hat mir fünfmal am Leben, ey. Also unser linker. Vollerwahl einfach... Warte, ich setz Tech. Ja, ich mach aber auf dem Bomberkörner. Ja. Das hat mir so viel schade gemacht. Nee. Der Riese schon noch einschlag. Nein. Nein, 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 nein. Fuck, nein. Oh fuck. Fuck, links, 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 links. Ja, ist jetzt Bomber, Bomber. Sauber. Der Bomber hat sie gepackt. Batsch. Jawoll, Alter. Es läuft gut, ne. Eigentlich. Okay, setz... Unterstütz bitte den Ballon. Er muss ankommen. Sauber. Ja, wenigstens etwas. Ich setz noch mal Rakete. So, ich einfach... Jetzt. Ich setz jetzt noch mal. Auf den rechten Turm, der nur vier und drei... Nein, nein, nein. Auf den dritten. Wir können ihn easy packen. Pass auf, dass sie uns nicht kriegen! Das ist die Bomber! Ja. Nein, lass lieber auf den Ich setz Prinz Ach nee, Mann Feuerball Ich setz Ballon, Ballon Ich muss noch für die Rakete sparen Komm, 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 komm Die muss durchkommen, die müssen durchkommen Der Ballon kommt Los Ja, das haben wir gepackt Los, los, los Easy Jawoll Sauber 3 zu 0, ne? Ach nee, 3 zu 1, ne? Rollstuhl Nochmal Finalerkampf gegeneinander Ich hab ne Kronstuhl Gold Juwelen Zehn Pfeile Bogenschützen Skelette Und Baba Finalfall Rief oft 1, 2, 1 Einmal Ja, komm Ähm Ja Warte Ja, es beschleunert uns, komm Ich hab ja das Video geguckt Ich weiß, dass das macht Wenn sobald noch 2 Minuten sind Ja, dann fordere mich heraus Ähm Sobald nur noch 2 Minuten danach eben sind Los, fordere mich raus Ah ja, wie geht das? Ey, fuck Hä? 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 Ich musste zu dir entklären Ach nee Ah nee, warte, 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 warte Da Ähm Hier anlegen Äh, nein Doch hier Das ist wieder Ja Okay, das haben wir zusammen So Leute Okay Danke, Alter Echt nett von dir Ja, wieder gern Oh nee Kommt der Ballon Wieder angehebar Ja, aber auch nicht so gut zu lachen Guck, geh mal an den Specklen Okay Okay Also meine Türmelein schaffen ist easy, also ich auch Und ich auch, also ich bin eben das Trashmauspieler, also hab ich easy und nicht Die Beste? Ja Ansage, Alter Wann denn Ansage? Du hast grad nen Ansage rausgehauen Warum? Ja, weißt du, ich weiß nicht alles bleibt Ich kann sogar mit nur einem jetzt alles zerstören Kannst du eigentlich McDonalds platt machen? Geil Hört jetzt grad keine Werbung? Wenn's, 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 ich will dann ja Okay Okay Genau phisch Jasi Wah Weg Ja Wir haben ja Wir haben ja mal Wir haben ja Mash guh H ein